So, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video, danke fürs Einschalten, mein Name ist Mashedade und heute geht es um eine potenzielle neue Serie, ich habe sie jetzt einfach mal Combat Arms genannt und das Ganze ist wie gesagt nur eine Testfolge, das heißt, wenn das gut ankommt, werde ich mehr machen, wenn nicht, dann lasse ich es halt sein. Die Inspiration davon kommt natürlich von meinem guten Kollegen Level Cap, ihr wisst ja, ich habe ein bisschen was mit ihm zu tun und irgendwie hat das schon auch einen kleinen Einfluss auf mich. Ich habe also schon mal auf Facebook, Twitter und so weiter gefragt, welches Loadout ich dann testen sollte, einfach mal als Testepisode sozusagen und da hat mir der LXTV600 geschrieben, Auka 3 mit Reflex, Ergogriff, Dreistrahllaser und dann wird es interessant, M1911 mit dem Dreifach-Zoom, Schalldämpfer und Taglight. Wenn ihr also noch weitere Loadouts habt, welche ihr mich testen sehen wollt, dann lasst mich das bitte in den Kommentaren wissen, genauso wie natürlich, ob ihr diese Idee des Combat Arms-Serienformats gut findet. Die Auka 3 kennt man ja schon aus Battlefield 3 und auch da war sie schon eins meiner Lieblingsgewehre aus der Sturmgewehrklasse. Ganz besonders auf mittlere bis lange Distanzen gefällt mir die Auka 3 gut, denn diese Feuerrate von 700 Schuss pro Minute macht es echt noch relativ einfach auf längere Distanzen was damit anzufangen und trotzdem ist die Waffe nicht komplett nutzlos, wenn man auf kürzere Distanzen, auf einen mit einer ACE 23 trifft zum Beispiel. Das Reflex-Visier auf dieser Waffe gefällt mir persönlich richtig gut, denn ich bin ein Fan von Rotpunkt-Visieren, was soll man sagen. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich allerdings trotzdem nicht für das Reflex, sondern für das Cobra- oder Coyote-Rotpunkt-Visier entscheiden. Der Ergo-Griff bzw. der Vertikal-Griff sind auf dieser Waffe gar nicht mal so schlecht. Ich empfinde es teilweise wirklich so, dass der Spread relativ hoch ist und mit dem Ergo-Griff kann man genau das verringern. Das heißt, beim anvisierten Schießen oder auch beim Schießen aus der Hüfte wird mit dem Ergo- oder Vertikal-Griff die Streuung während des bewegten Schießens um 50% reduziert. Persönlich bin ich jetzt kein guter Freund von dem 3-Strahl-Laser, allerdings ist das auf dieser Waffe halt nun mal drauf und das ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, denn jetzt kann man auch noch auf kurze Distanzen ordentlich wegkämmern und blenden. Das Schießen aus der Hüfte funktioniert also wunderbar, da sollte es keine Probleme geben und man muss jetzt theoretisch gar nicht mehr anvisiert schießen. Was ich denke, was dieses Loadout so machen sollte bzw. was der Sinn dahinter ist, ist wahrscheinlich einfach das Schießen auf kurze bis mittlere Distanzen zu erleichtern, denn anvisiertes Schießen ist immer gut auf kurze Distanzen und natürlich auch die extrem gute Genauigkeit beim Schießen aus der Hüfte ist extrem gut beim Schießen auf kurzen Distanzen. Als Pistole habe ich ja hier die M1911 dabei, die persönlich gesehen nicht eine meiner Lieblingspistolen ist, allerdings ist dieses Setup äußerst interessant. Der Dreifach-Zoom plus Schalldämpfer plus Taglight. Ey, sowas habe ich noch nicht gesehen und ich habe es zum ersten Mal gespielt, als ich dieses Kommentar gesehen habe. Man tut sich ein bisschen schwer mit diesem Dreifach-Visier und dann gleichzeitig auch noch dem Schalldämpfer, ganz einfach aus dem Grund, dass der Schalldämpfer die Kugelgeschwindigkeit oder die Projektilgeschwindigkeit um einiges verringert und der Bullet Drop extrem hohes. Wenn man also mit der M1911 auf kurzen Distanzen unterwegs ist und anvisiert schießt, dann wird man sich wahrscheinlich in Situationen finden wie dieser, wenn ich zufällig eine parat habe. Das heißt, man sieht einfach 200 Gegner vor sich und man weiß gar nicht, was damit anzufangen ist, denn der Dreifach-Zoom, das zoomt einfach so dicht dran an die Gegner und dann auch noch der Schalldämpfer. Man denkt oft, dass das Teil nicht trifft. Hier zum Beispiel auf Pistol-Only-Servern funktioniert das allerdings ziemlich gut. Ich habe auch gemerkt, dass die Genauigkeit beim Schießen, beim anvisierten Schießen während dem Laufen immer noch ziemlich gut ist. Das heißt, man kann auch gerne nach links und rechts sich bewegen, bevorzugterweise nur in eine Richtung, denn da wird die Streuung wahrscheinlich nicht ganz so nach unten gezogen. Das Tag-Light auf der Waffe bringt es dann nochmal so ein bisschen auf kurzen Distanzen etwas mehr rauszuholen aus der Waffe, die Gegner etwas zu irritieren, zu blenden und so weiter. Auf langen Distanzen allerdings wird es dann wieder ein bisschen doof, denn... Naja, was bringt es euch auf langen Distanzen, außer dass die Gegner euch einfacher sehen? Auf der anderen Seite ist dieses Setup wahrscheinlich gar nicht für lange Distanzen gedacht. Wie gesagt davor, es ist wahrscheinlich einfach nur ein Close-Quarter-Setup. Das ganze Teil mit AUG-A3, Reflex-Ergo-Griff, Dreistar-Laser und M1911 mit Dreifach-Zoom, Schalldämpfer und Tag-Light, das gehört wahrscheinlich alles irgendwo auf bis zu mittlere Distanzen. Und gerade dort funktioniert es halt am besten. Zu M1911 würde ich eventuell noch sagen, dass man hier nochmal den Schalldämpfer wegnehmen könnte, um diese Waffe nochmal auf längeren Distanzen effektiv zu machen, beziehungsweise einfach überhaupt nutzbar zu machen, sollte der Gegner halt einfach mal 20 Meter weg sein, denn selbst auf diesen Distanzen ist der Bullet-Drop unglaublich hoch und es wird euch schwer fallen, den Kopf zu treffen. Irritieren lassen sollte man sich auch nicht von dem komischen Scopes-Way, also das heißt, wenn man schießt, dann wackelt euer Visier ja rum. Lasst euch nicht davon irritieren, denn eigentlich schießt die Waffe immer noch geradeaus, zumindest und es kam mir das so vor, als ich sie getestet habe. Das heißt, selbst wenn euer Visier noch nicht auf die Ausgangsposition zurückgekommen ist, schießt einfach mal drauf. Das funktioniert in der Regel genauso gut. Auch wenn ich persönlich am Anfang etwas skeptisch war, was dieses Setup inklusive AUG A3 anging, bin ich im Endeffekt ziemlich glücklich damit rausgegangen und nach Anpassen des Playstyles auch ganz gut mit den Scores zufrieden gewesen. Wenn ihr noch weitere Loadouts habt, die ich mal testen sollte, schickt mir bitte mal einen Kommentar oder schreibt mir einfach einen Kommentar unter dieses Video und ich werde nochmal durchgehen und ein nächstes Video dazu machen, wenn es euch dann gefällt. Verbesserungsvorschläge nehme ich natürlich dankend an. Einfach mal in die Kommentare schreiben und dann werde ich mal sehen, was man da so verbessern kann. Aber bitte darauf achten, dass die Rechtschreibung ordentlich ist und, naja, auch ordentliche Argumentationen dabei sind, damit ich dann weiß, was genau zu verbessern ist. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mich das bitte in den Kommentaren wissen und ihr könnt mir auch einen Daumen nach oben da lassen, so sehe ich es auch. Wir sind hier am Ende vom Video, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.